Sodbrennen. Nein danke. Um den übermäßigen Konsum von Antazida und ähnlichen Medikamenten zu vermeiden, kannst du basenbildende Nahrungsmittel in deinen Ernährungsplan einbauen, welche die Verdauung fördern und Magensäuren neutralisieren. Sodbrennen muss nicht automatisch gleich eine Krankheit bedeuten. Es handelt sich vielmehr um ein lästiges Ungleichgewicht in unserem Verdauungssystem, das sich mit der Zeit verschlimmern und andere Krankheiten hervorrufen kann. Dies passiert durch den erhöhten pH-Wert im Magen. Wir erklären Ihnen im Folgenden die möglichen Gründe für Sodbrennen und warum Sie nicht zu viele säurehemmende Medikamente einnehmen sollten. Auch erfahren Sie mehr über natürliche Heilmittel. Mögliche Gründe Die häufigsten Gründe für Sodbrennen sind schlechte Ernährungsweise bzw. zu viele säureproduzierende Lebensmittel, häufiger Konsum von Medikamenten wie Aspirin und Ibuprofen oder oraler Verhütungsmittel. Und gesunde Angewohnheiten Ananas fördern die Verdauung. Essen Sie diese köstliche Frucht jedoch nicht in Kombination mit Kohlenhydraten, Brot, Pasta, Backwaren, Reis etc. Ananas ist eine perfekte Nachspeise, nach Gemüse, Salat, Fisch oder Fleisch. Kohl Kohl kann Geschwüre heilen. Viele vertragen rohen Kohl nicht gut, Sie können ihn jedoch auch gekocht und mit etwas Kümmel gewürzt verzehren. Wenn Sie ihn trotzdem lieber ruhe essen, dann am besten mit etwas Essig. Auch Sauerkraut ist sehr empfehlenswert. Peperoni Peperoni gehören zu den Nachtschattengewächsen. Sie stärken den Magen auf natürliche Weise. Trauben wirken stark alkalisierend, bevorzugen sie biologische Trauben, denn die anderen können stark pestizidbelastet sein. Celery Celery wirkt reinigend und alkalisierend. Er eignet sich perfekt für Suppen, Eintöpfe und kann auch Rozet, Binsalaten konsumiert werden. Auch wenn diese Lebensmittel empfohlen werden, gibt es Menschen, die sie nicht sehr gut vertragen. Wenn Sie also nach diesen Nahrungsmitteln Sodbrennen verspüren, dann sollten Sie diese trotz Empfehlung meiden. Kur mit Kartoffeln, Kohl und Karotten Eine gute Möglichkeit gegen Sodbrennen ist drei Tage lang nur folgende Nahrungsmittel zu verzehren, Kartoffeln, Kohl und Karotten. Wenn Sie wünschen und je nach Jahreszeit, können Sie auch noch das eine oder andere Gemüse dazugeben. Äpfel sind auch sehr empfehlenswert. Diese können gekocht, gebraten, roh oder als Saft verzehrt werden. Saft aus Kartoffeln und Olivenöl Früher wurde empfohlen, neun Tage lang Kartoffelsaft zu trinken, ungefähr ein Viertel oder ein Drittel eines Glases. Dieser wird mit zwei Esslöffeln Olivenöl Virgin extra gemischt. Dieses Getränk wirkt entzündungshemmend, alkalisierend und ist sehr effizient bei Sodbrennen. In nur neun Tagen können Sie die Beschwerden erheblich lindern, den rohen Kartoffelsaft können Sie entweder selbst zubereiten oder auch in einem Naturheilladen kaufen. Weißer Ton Ein anderes natürliches Mittel gegen Sodbrennen ohne Nebenwirkungen, ist ein Getränk aus weißem Ton. Dieser kann in Naturheilläden gekauft werden. Verrühren Sie einen Löffel Ton in ein einem Glas Wasser, verwenden Sie einen Holzlöffel, lassen Sie das Getränk zehn Minuten stehen und rühren Sie dann noch einmal um. Jetzt können Sie das Getränk zu sich nehmen. Wasser mit Bikarbonat Sie können auch Wasser mit Bikarbonat trinken und Bäder in Thermalquellen mit Bikarbonat realisieren. Die Wasserzusammensetzung ist in allen Bädern unterschiedlich, finden Sie heraus, wo es in Ihrer Nähe ein Heilbad mit natronreichem Wasser gibt. Auch Meerwasser wirkt alkalisierend. Bilder zur Verfügung gestellt von Treib, Breville USA und Valli Harzhorn